Ja, herzlich willkommen zum achten Teil der Widersprüche, die hier der Igor aus dem Judentum aufzeigen möchte, die hier bestehen sollen zwischen Hebräer 9, 22 und Leviticus, also dritte Buch Mose, Kapitel 17, Vers 12, wobei der Igor sich dort geirrt hat, es ist Vers 11 und nicht Vers 12, wie wir noch sehen werden. Ja, da hören wir doch erstmal rein, was Igor zu erzählen hat. Widerspruch Nummer 8. Im gleichen Kontext der Sündenvergebung erfindet der Autor von Hebräer 9, 22 folgende Aussage. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ich habe keine Ahnung, woher der Autor das nimmt. Moderne Bibeleditionen wollen es aus Leviticus 17, 12 hergeleitet wissen, aber ich finde es dort nicht. Es steht bloß, denn das Blut ist die Lebenskraft und erwirkt Sühne. Nichts zu lesen von ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Naja, wenn es nicht steht, schreiben wir es halt rein. Ja, so einfach kann man es sich machen, ja oder nein? Die Frage darf sich der Zuhörer stellen. Ja, zum einen hier erstmal die beiden Bibelstellen, die hier zumindest benutzt wurden, um die Thesen darauf zu stützen. Ja, hier in Hebräer 9, 22 im B-Teil gibt es die Worte, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung oder keine Erlassung. Das ist wörtlich so übersetzt und auch richtig. Und im dritten Buch Mose 7, Vers 11 steht, denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele oder Lebenskraft, je nachdem wie man das übersetzen möchte, in ihm. Ja, und Igor meines Erachtens behauptet erstmal grundsätzlich, dass das, was im Hebräerbrief steht, das ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, dass laut der Sicht, die er hat aus dem Judentum, ja, dass das nicht stimmt und nicht stimmen kann. Wahrscheinlich, weil er davon ausgeht, dass es ja Geschichten gibt, Bibelstellen gibt im sogenannten Alten Testament, wo es den Anschein erweckt, dass wenn jemand halt betet und letztendlich die Schuld eingesteht, aber keine Opfer darbringt, ja, die ja im Gesetz Mose niedergeschrieben sind, dann letztendlich soll hier auch eine Vergebung stattfinden. Und daher kann das ja nicht sein, dass hier nur allein mit Blutvergießung Vergebung geschehen soll. Und das würde ja der Hebräerbrief so aussagen. Und ich sage erstmal so, das, was im Hebräerbrief Kapitel 9, 22b steht, ist meines Erachtens auch richtig, ja. Ja, aber ich würde sagen, dass Igors Denkweise falsch ist, weil die Meinung zu vertreten, ich kann auch ohne Blutvergießung bei Gott die Vergebung haben gänzlich für meine Schuld, als Beispiel, ja, oder die Schuld anderer womöglich noch, ja, das ist erstmal nur reine Theorie. Okay, ich möchte euch das mal an einem Beispiel klar machen, das ich hier noch einblende. Da gibt es eine Geschichte über einen König, der hieß Manasse, ein König des Südreiches Judah. Und der hatte ganz schlimme Sachen gemacht, seinen Kindern geopfert und so weiter, aber der hat auch noch Buße getan. Ja, und wir lesen das im 2. Chroniker 33, 18, einen kleinen Ausschnitt davon. Die übrige Geschichte Manasses, sein Gebet zu seinem Gott und die Worte der Seher, die im Namen des Herrn, des Gottes Israels, zu ihm redeten, sind aufgezeichnet in der Geschichte der Könige von Israel. Ja, nun, so erstmal die Kurzgeschichte über diesen Manasse. Man könnte noch mehr dazu sagen, aber das ist jetzt für mich unnötig. Mir geht es jetzt allein um den Inhalt. Und schauen wir mal, wie Gott auf Manasses Gebet reagiert. Ja, letztendlich kann man sagen, ja, Gott hat Manasse vergeben. Ja, Manasse ist auch sehr alt geworden. Trotz seiner gräulichsten Taten erscheint eine sehr große Kehrtwende gemacht zu haben von seinen bösen Werken. Kann man jetzt sagen, dass Gott Manasse vergeben hat? Ich würde erstmal sagen, ja, das kann man so sagen. Aber inwieweit besteht die Vergebung oder was hat sie für Konsequenzen in dem Fall, wenn halt in gewisser Weise nicht Blut fließt, ja, für die Schuld, ja. Gucken wir mal, wie Gott auf Manasses Handeln reagiert hat, lange nach seinem Tod. 2. Könige 23, 26 Doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zornes, womit er über Judah erzürnt war, um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Auch 2. Könige 24, 4 Und auch um des unschuldigen Blutes willen, das er vergossen hatte, also der Manasse, als er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllt hatte, darum wollte der Herr nicht vergeben. Wir sehen also, dass die Schuld, die hier Manasse auf sich lud, zu seiner Zeit, trotz seiner Gebete und Vergebung von Gott, trotzdem noch eine Nachwirkung hat. Es hat sozusagen noch eine Erfüllung, die es braucht, damit hier wirklich die Sache auch vergeben ist. Und wie wir gelesen haben, durch das Blutvergießen, ja, wird die Schuld auch vergeben. Deswegen gibt es auch immer wieder eine Grundreinigung, ja, wo Gott das Volk richtet, ja, um der Schuld von ganz vielen Menschen, weil wenn das Volk gerichtet wird und dessen Blut fließt, ja, dann letztendlich wird Schuld damit gesühnt oder anders gesagt vergeben, ja. Und dann ist die Sache bei Gott auch erledigt, dass er nicht mehr sagt, um der Sache willen und der Sachen willen in der Vergangenheit, ja, erst wenn da wieder ein Ausgleich stattgefunden hat. Das muss nicht in der gleichen Generation sein, das kann Jahrhunderte später erst passieren, ja, dass Gott sagt, so, jetzt gucke ich mir nochmal an, wie die Rechnung aussieht. Wer hat noch nicht bezahlt, ja, wen habe ich zwar schon Vergebung gegeben, aber ist die Schuld schon bezahlt worden? Ist das Blut schon geflossen worden? Und wenn es das nicht ist, dann wird es heimgesucht werden, irgendeinen Tag immer in der Zukunft, ja. Und das ist das Konzept, das ich in der Bibel vorfinde, ja. Dass, wie gesagt, wenn das Blut nicht vergießt, ne, nehmen wir mal den Versöhnungstag, also die ganzen Opfergaben, die Gott geboten hat im dritten Buch Mose unter anderem, die sind ja auch dafür da, ja, dass hier in der Weise der Betroffene oder die Volksgruppe, die betroffen ist, oder die Familie oder der Einzelne, dass dessen Schuld vergeben ist, weil Blut geflossen ist, ja. Gott hat sich ja dabei was gedacht. Wenn dieses Blut aber nicht fließt, ja, dann wird es sich woanders geholt werden eines Tages, ja. Über die 6000 Jahre würde man sagen, ja, man könnte sagen, dass es hin und wieder solche Zeiten schon gab, wo ganz viele Menschen gestorben sind, sowohl von dem israelitischen Volk als auch von den nicht-israelitischen Völkern. Ja, und so ist der Kreislauf der Dinge. Und so sehe ich das in der Schrift. Igor möchte das so nicht sehen, weil es nicht im traditionellen Judentum so betrachtet wird, die Sache mit der Vergebung. Keine Schuld mehr, keine Rechnung mehr offen, nichts, alles ist gut, weil irgendwie jemand, ja, gebetet hat oder gefastet hat oder Fürbitte eingelegt hat. Das finde ich erstmal grundsätzlich in der Schrift so nicht wider, ja. Und daher bleibt für mich das auch bestehen, ja, dass das, was der Hebräer Autor sagt, ohne Blutvergießung geschieht keine, man könnte sagen, Vollendserlassung, ja. Ja, wie auch, gut, ich möchte nicht mit dem Neuen Testament zitieren, weil das soll hier nicht die Grundlage sein, dieser Kommentierung, dieser Aussagen von Igor aus dem Judentum, ja. Aber wie gesagt, wenn ich auch in das sogenannte Alte Testament schaue, sehe ich dieses Prinzip dort auch, dass irgendwann dort immer irgendwas zerstört wird, kaputt gemacht wird, heimgesucht wird, wenn kein Blut vergossen wurde, sei es durch Tieropfer oder halt durch das Blut des Menschen, durch seinen Tod, wenn es stirbt, ja. So, das war's.